Hier draußen, 6. Warnung, M-Wiedereintrittspaket gelöst. Ich brauche deinen Eingriff. Warnung, M-Wiedereintrittspaket gelöst. Cockpit Druckablass abgeschlossen. Kabinendachhebel aktiviert. M-Wiedereintrittspaket gelöst. Ich weiß. Bravo 029, Sie dürften die Schubdüsen wieder anlassen. Noble 6, hier spricht Holland. Ich höre, Kanner. Wir haben ein Schiff der Korvetten, das er markiert, das Kurs auf unser Ziel hält. Mit unserer provisorischen Bombe an Bord wird die Korvette zum Lieferanten. Noble 5 eskortiert die Bombe, Ihr Sabre-Team macht uns Platz zum Beladen. Verstanden, Kanner. Da sie schon ihren Überraumantritt gegeben hat, wird die Savannah Ihnen mit lokaler Feuerunterstützung zur Seite stehen. UNSC Savannah, wir stehen hinter Ihnen, wenn auch am Boden. Ich riskiere hier meinen Kopf für das Noble Team, Lieutenant. Wir erledigen das Körnstel. 6 aus. Das klingt doch schon so nach letzter Mission. Zielkorvet in Reichweite von Navigationsstation RA-15 gesichtet. Haben Sichtkontakt. Ziel bestätigt. Brigade Savannah in Position. Sabre-Teams, Meldung. Echo 1, alle Systeme grün. Echo 2, startklar. Echo 3, Systeme grün. Echo 4, alle Systeme bereit. Verstanden. Blockieren den Funkverkehr der Korvetten. Macht sie fertig, sie kann nicht um Hilfe rufen. Einverstanden. Sabre-Teams, den Weg zur Korvette freimachen. Vielleicht kann man sie bremsen, indem man ihr Triebwerk hat. Gute Idee, Savannah. Das macht es leichter, sie zu enttern. 6, markiere Ziele. Haupttriebwerke der Korvette ausschalten. Versuch, sie zu erfassen. Jemand muss diesen Serif ausschalten. 6, die der Torwart einverfolgen. Klaus aufs Ziel. Leiten Sie aus, welch Manöver ein, Spartan. Das ist so. Ich bin für sie, nach 6. Spire! Ja, Leute, er ist gut. Ich habe das Gefühl, ich fliege voll weit weg, aber in Wirklichkeit. Ich kann sie nicht abschütteln. Der Serif macht mich fertig. Ich werde den Banshee nicht los. Ich muss das mal ausprobieren, vielleicht. Ich bin froh, ich werde diesen Serif nicht los. Ich bin froh, ich bin froh. Vielleicht drüber unten, ich weiß es nicht. Ich bin froh, ich bin froh. Ich komme da nicht ran. Was soll ich machen? Serif, hinter mir. Warnung! Energieschwankungen in Achterstaubbuchten der Corvette. Achtung, Sabers. Mehrere Impulseantriebe entdeckt. Noch mehr Batches unterwegs. Elko 2 und Savannah. Wo kommt die Verstärkung her? War die Verbindung nicht blockiert? Die Staffeln sind wohl zurück von Patrouille, Eko 2. Keinen entkommen lassen, Sabers. Abschießen, bevor sie entkommen und den Supercarrier wahren können. Werde diesen Serif nicht los? Ich habe noch eine Stärkung. Ja, ich sehe halt nur keiner. Da wird hingeschossen, aber da ist es noch nichts. Niemand muss dessen Serif nicht loswerden. Werde diesen feindliche Bauten weit verfolgt. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Serif? Ich habe geschossen, Karbon. Sind das jetzt alles Seraphs? Ich dachte, da wären noch Banschies dabei gewesen. Meine Maus. Die Noble 6. Sofort auf der oberen Landeplattform der Corvette landen. Verstanden. Was ist so cool? Was ist so cool? Die Gegenmaßnahmen der Savannah wirken nicht ewig. Schleusen Sie sich rein und deaktivieren Sie den Funkverkehr des Kreuzers endgültig. Sobald die Corvette den Schnabel hält, leiten wir Kinnhaken Phase 2 ein. Viele Tote. Martin Wetter zu mir? Keine Ahnung. Nee. Wie cool. Ja, danke. Die Lieden ausgeschaut hat auch schon. Was? 360? Ist das seine Nummer oder was? Voll die Statistennummer einfach. Statistennummer 163. So, wo geht's denn hin? Ich geh mal durch diese Tür. Gut, vielleicht geh ich da nicht durch diese Tür. Jungs. Allend an Savannah. Feindliches Funkrelais ist jetzt abgeschaltet. Verstanden. Wir enden Gegenmaßnahmen. Linken alle Kraft und Personal auf Waffen. Okay, Noble. Bringen wir die Hyper-Raum-Bombe an Bord. Sechs zum Hangar. Nee, das ist noch nicht die letzte Mission, oder? Ich mein... Oder opfern wir uns? Ich hab Angst, ich will mich nicht opfern. Lass die Rolle sterben. Technisch gesehen bin ich sowieso wertvoller. So. Mit meiner Spieler... Amor. Noble 5, treffen Sie sie dort. Verstanden. Unterwegs. Fotos aus. Westen. FU styling, gleich. Arme gerät. Uhhh... Ich bin kein Funi. Das macht euch gut. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon in der Folge gesagt habe, mir ist aufgefallen, dass Halo Reach technisch gesehen nicht der erste bzw. der zweite Teil ist, sondern den ersten Teil haben wir auf Xbox mit dem Xbox Game Pass leider nicht. Ja, naja, gut, dann habe ich halt eine falsche Dinge ins Reihenfolge gemacht. Aber da das auch nicht der Master Chief ist, ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn das ein bisschen außerhalb ist. Tschau. So raus nicht, schade. Körschüsse. Auf Tuchfühlung. Bäh. Sex, die Schildsteuerung. Ich muss rein. Was? Jetzt haben sie es ausgeschaltet? Ach, Mann. Das war so lustig. Kommen sie rein, können sie rausgucken. Pulverfass ist an Bord, Karne. Verstanden. Sex, bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Corvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. Fünf, schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also, Beeilung, okay? Normal 6, bringen Sie die Corvette auf Kurs zum Supercarrier. Auf der Brücke finden Sie die Steuerung. Oh, cool. Die brauch ich. Da sind sie ja. Ich sehe sie. Ich werde beschossen. Ist er immer los? Was ist das? Savannah und Holland erleiden schwere Strukturschäden. Müssen abbrechen, Colonel. Verstanden, Savannah. Unser Team ist drin. Lösen Sie. Ach, ja, ich muss da hin. Okay, ich habe mich... Ich dachte zwar, ich hätte mich einfach nur ein bisschen gehen lassen, aber scheinbar war das nicht. Manchmal muss man sich einfach gehen lassen. Abbruch, 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 Riss im Rumpf, Reaktor brennt. Verdammt, ich verliere Sie. Schossen. Savannah, können Sie mich hören? Die Fregatte ist hin, 6. Hätten nichts tun können. Die Noble, Sie stecken tief drin, ohne Deckung. Setzen Sie die Korvette in Bewegung und verschwischen Sie. Hätten wir vielleicht doch was tun können? Was ist, wenn ich schneller gewesen wäre? Was ist, wenn ich nicht behalte? Ja, ich bin einfach nur ein wenig. Oh, ich bin einfach bleib. Was ist einer meiner Jungs ist tot? Verdammt, wir haben noch einen verloren. Ich weiß nicht, ob das Plus da war, das ist einer fehlt. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das ist. Ach, Mann, schon wieder. Okay, ich darf nicht so rein, glaube ich. Ich muss das irgendwie anders machen. Ich weiß nicht, ob das ist, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob das ist. Steck auf, steck auf! Fähr vor! Unter von meinem Rad! Er gehört mir! Kontakt verloren! Ich darf wieder nicht so viel Rad dazu verloren. Ist er tot? Ihr müsst mich hier drüben helfen! Der gehört mir! Seht da rein, aber ich sehe ihn nicht. Sobald er steht. Hier fürs Zubi. Hier war ein Zubi. Ah, Mann, ich... Nee, ist einfach nicht so zähsicher. Stirb, Junge! Stirb! Nein! Das ist der jetzt... Donut. Steuer! In Denkung! Ihr unser Beschuss! Der Pläne. Los, Lieutenant. Setzen Sie die Corvette auf Auftankkurs zum Supercarrier. Ah, klar. Warum auch am Steuerpult? Sehr gut, Noble 6. Kinnhaken initiiert. Corvette ist unterwegs. 6, unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschuss. Zurück zum Anger. Verstanden. Ja, toll. Ich habe zwei Leute verloren. Ja, wir arbeiten dran. Wir kommen. Wir werden schossen. Ja. 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 Nein. Die Worte. Ja, ich werde beschossen. Ja. Na, nein. Na, nein. Der Feind macht den Pelikan schrottreit. Pelikan? 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 Gebiet gesichert. Ah, scheiße. Das war nicht wirklich. Oh, nee. Die Welt ist los, gleich noch vor. Die Welt ist los. Die Welt ist los. Echt? Jetzt schon? Boah, habe ich einen Raketenwerfer? Der hat sich versteckt. Die Welt ist los. Chris, bleib. Hey, hier kommt die Potscher. Oh, komm. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.